Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt und wir spielen I Am Alive. Ja, ein apokalyptischer Shooter, glaube ich, so im Groben und Ganzen gesagt. Also jetzt nicht so wirklich viel Shooter, glaube ich, aber ja, die Welt ist am Ende und wir sind die Einzigen. Naja, nicht die Einzigen, aber wir haben überlebt, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe das Spiel irgendwann mal als Let's Play gesehen, das ist aber schon eine ganze Weile her. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, es ist aber deswegen natürlich nicht komplett blind, aber das soll mich nicht stören. Ich hatte das damals gesehen und fand es eigentlich so vom Optischen her ziemlich cool. Deswegen werden wir das jetzt hier heute nochmal gemeinsam zusammen spielen. Also nicht nur heute, aber, ne, so die nächsten, ähm, ja, Tage. Wir spielen natürlich auf normal. Ähm, Morrison, äh, ja, 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 ist schön, okay. Ja, und ich bin gespannt, was uns erwartet. Ja, die ist... So, los geht's, Leute. So, los geht's, Leute. Das ist ein bisschen wunderschön für mich, aber wenn du das gefunden hast, dann das bedeutet... Anyway, wenn du das mal versuchen kannst, diesen Video Recorder zu meinem Haus. Das ist in Haventon, 27 Arbor Street. Das ist in der Park, und vielleicht, vielleicht jemand wird da sein. Okay, das ist basically mein Leben. Mein Backpack, Climbing Harness, Flashlight, ein paar Batterien, Pistole. Ich habe nie sogar noch nie geführt, bevor. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. Only took me four hours to fly out east. The better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. Oh Leute, ja, und los geht's? Ihr seht, die Stadt ist ein wenig putt. Ich könnte schwören, ich habe eigentlich die Untertitel eingeschaltet. Ich werde gleich nochmal gucken. Wie das denn? Ja, und der Sound ist schon wieder so wahnsinnig laut. Ich fürchte... Ah, das ist ja auch geil. Lass mich nicht mit Ding spielen. Ja, Help and Options, das ist ja auch sehr schön. Control Settings. Use Gamepad on. Wäre schon schön. Ja. Kann ich denn jetzt auch mit Game Set? Ja, okay. Gerade im Menü ging es. Ich weiß auch nicht, das hat er auch nicht gespeichert. Das ist echt eine Katastrophe. Er verstellt doch bei jedem Start. Da spielt es die Audio Settings. Ich schaue jetzt nochmal rein. Okay. Gut, Leute. Und es ist mir zu laut auf meinen Ohren. Nein. Oh. Inventory. Ach, guckt mal. Wir haben das Inventory gefunden. Was haben wir denn? Alter, eine Food Can und eine Water Bottle. Ah, okay. Ich würde... Sorry. Nee, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß, aber ich mache das jetzt noch. Mir ist das zu laut auf den Ohren. Ich habe irgendwie nur keinen Bock, das jedes Mal wieder umzustellen. Und die Stimmen lassen wir ruhig ein bisschen lauter. Die können wir so auf 50 lassen. Und ja. Weiter geht's. Es ist immer noch total laut. Weiß ja geil, was die da gemacht haben. Oh, schön, dass ich da auch das in meinen Tag gefunden habe. Oh. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Ist meine Pistole? Hm. Ja, also... Run faster, RT... Okay. Ah, ja. Ja, ist schon alles ganz schön put hier, ne, Leute? So, no. Ah, tut es schon. Okay. Ja, und ihr seht, wir haben dort oben zwei Leisten. Ähm, die weiße ist praktisch unsere Ausdauer und die rote ist unser Leben. Und ihr seht, das fiese ist, dass die Ausdauer abnimmt beim Klettern. Genau. Da wird's auch gerade geschrieben, wenn wir, ähm, ja, unsere Ausdauer aufgebraucht haben, werden wir fallen, werden wir uns nicht mehr halten können. Das heißt, wir müssen flink sein. Was natürlich manchmal gar nicht so einfach sein wird, weil man natürlich bestimmt oft auch mal ganz gerne den... Ja, wo muss ich denn hin? Puh. Ja, äh, weil man natürlich oft wahrscheinlich auch den... Den Weg mal nicht so sieht. Ihr kennt das ja bestimmt auch. RT to go faster. Ich weiß nicht, ob ich da schneller gehen möchte. Ah ja, okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Und hier ist ein Rohr. To drop down. Okay. So. Unten sind wir. Steuerung ist, ähm, ja, so ziemlich normal. Für sämtliche Klettersachen nichts Ungewöhnliches jetzt. Laufen können wir auch mal ein bisschen. Boah, das ist alles kaputt hier. Das ist ja wirklich der Hammer. Sag mir das nicht, ich muss hier rüberspringen. Los, komm mal hoch hier. Da geht's bestimmt lang, oder? Ja, sieht so aus. Na, dann geh mal hoch hier. Ah ja. Mhm, okay. Habt ihr gesehen? Also, jumpen... Ja, verbraucht mehr Ausdauer. Komm hoch mit dir hier. Ich will hier hoch. Huh. Oh, lololol. Ja, drop down. Ja, schauen wir mal. Also, ich finde das halt optisch ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So mit diesem Schwarz-Weiß-Effekt. Hallo hoch. Das finde ich schon sehr geil. Ja, ja, ich weiß schon, dass meine Stamina sich da verabschiedet. Und dann wird auch gleich die Musik ganz hektisch. Ich weiß nicht, wie man das dann später eine Aufnahme hört. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Hat mir nicht Inventory irgendwas... Kann ich das hier einfach nehmen oder so? Running already full. Stamina... Plus und Stamina Capacity plus. Aha. Hä? Ich probiere das einfach mal aus, weil wir müssen ja hier noch hoch. Das reicht wahrscheinlich trotzdem nicht so ganz. Okay. Huh. Oh, la, la. Na, da werde ich ja zu kämpfen haben. Okay. Also, wenn wir diesen... Super Dings da machen, dann... Ja, gut. Das haben wir auch gerade schon gemacht. Ein bisschen zu früh. Hm. Okay. Die Frage ist jetzt, wo jetzt hin? Kann ich irgendwas machen? Nee. Kann ich hier runter sein? Auch nicht. Okay. Ja, Leute, das Spiel ist zu Ende. Oder kann ich hier runter? Ah ja. Hint. Ah, ja. Würde ich gerne. Oh, das ist ja auch fies. Ich glaub da... Ich glaub da. Sind wir einfach eine Runde im Kreis gelaufen. Und ich vermute mal, hier wird es wohl weitergehen. Aha, aha, aha. Monkey Man ist da auch noch. Komm hoch mit, ja. Ja. Ja, da auch das Laufen, Ausdauer, äh, verbrennt, bin ich damit im Moment noch relativ vorsichtig. Äh. Ende im Gelände, Jungs und Mädels. Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Aha. Ja, nun, da soll ich hinfliegen, oder wie? Hier rüber, oder was? Ah ja. Sogar die Leiter verbraucht Energie, was ich... Also, das find ich jetzt schon ein bisschen selbertrieben, aber naja, gut. So ist das nun mal. Ah, ist ja genau das Richtige für mich. So hier, Claiming Action, Action hier. Hm, da bin ich halt mal so super, super gut drin. Ich werde bestimmt ganz schön rumkotzen bei dem Spiel. Ich gucke mal noch nebenbei so rum, ob es hier vielleicht schon irgendwelche Ressourcen oder irgendwas gibt. Ähm, weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, davon wird es natürlich relativ wenig geben, im Laufe dieses Spieles. Na, komm hoch hier. Aber wir werden sie natürlich brauchen, gerade für unsere Ausdauer und, ähm, natürlich auch später für unsere Gesundheit und Patronen und weiß der Geier. Ich weiß es noch nicht. Äh, äh... Das find ich aber nicht schön hier. Und, ähm, hier ist es auch nicht besser. Hm. Nicht so schön. Muss ich jetzt hier runter, oder was? Mich verarschen? Ich lauf mal. Mal gucken, was passiert. Also, weil da ist bestimmt der Weg, der weitergeht. Und... Allow me to slide down. Okay. Ah, okay. Er ist wenigstens fähig zu bremsen. Das ist, äh, sehr schön. Das freut mich für ihn. So, komm mal hoch. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Komm hoch. Du schaust es. Ja, wir haben noch gar keinen Namen für ihn. Wer ist da denn? Kommt bestimmt noch. Ich kann wahrscheinlich zurück nach den Straßen, wenn ich durch den Sewer gehe. Na, super. Kanalisation ist immer eine großartige Idee. Bei Apokalypsen. Also, ich weiß auch gar nicht mehr so wirklich, was hier passiert ist. Oder, ähm, was es war. Was hier praktisch... die Welt auseinandergenommen hat. Oder nur die Stadt oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden es im Laufe des Spielverlaufs sehen. Das, wie gesagt, ist alles schon eine Weile her. Und, ähm... Okay. Ähm... Mhm. Okay. Loading 30? 85? Ach so, das ist Prozentanzahl bestimmt. Okay. Gut. Ähm... Ja, irgendwas war hier mit dem Wiederholung. Das war irgendwas ganz Schreckliches. Das fällt mir da gerade ein. Ja, ja, ich... Ich bin schon weg. Ja, 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 ja. Oh, er hat mich voll erschrocken. Ja, ich versuch's. Map updated. Okay, schauen wir doch mal. Hauen wir mal ein bisschen raus. Oh, krass, ja. Gut, wir sind jetzt hier und wir müssen dort zu dem X. Ähm... Da. Okay, na, wir schauen mal. Hier kommen wir offensichtlich ja wohl eher nicht durch. Ähm... Schon wieder die Karte abgedeckt. Ich würde sagen, wir machen hier eine Folgenpause. Ich danke euch erstmal für das Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Und ihr schaut weiter mit rein. Bis dahin denn. Tschüss. Tschüss.